Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In den bisherigen Videos habe ich mich mit dem Bau einer virtuellen Karl-Marx-Allee hier in Berlin beschäftigt und nun habe ich für einige Monate Pause gemacht mit diesem Projekt. Ich bin immerhin bis zum Teil D vorgedrungen und nun geht es also herüber südlich des Strausberger Platz, eher südöstlich, nämlich zum Berliner Hermannplatz. Dort wurde im Jahre 1929 dieses Kaufhaus, dieses Karstadt-Kaufhaus der Öffentlichkeit übergeben und ich habe mich nun bemüht, hier dieses Gebäude mal nachzubauen. Und zwar so weit es geht, auch maßstabgerecht in den Grenzen, die dieses Spiel nun mal zulässt. Ja, und ihr seht hier eine ganz große weiße Fläche. Diese weiße Fläche wird bebaut in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, denn diese enge Bebauung, die ja auch gegenwärtig an diesem Standort vorliegt, möchte ich hier in ähnlicher Art und Weise natürlich auch umsetzen, sodass die Proportionen dieses riesigen Warenhauses mit damals über 70.000 Quadratmetern Nutzfläche auch sich darstellen lassen. Ja, wir gehen mal hier herum, wir schwenken mal um dieses Gebäude herum und hier habe ich mich farblich weitgehend angepasst an einen Original, wobei das noch verändert werden sollte. Aber hier streikt gegenwärtig das Programm, das Umarbeitungsprogramm UTKIO, mit dem man die Farbe der Steine verändern kann. Das wird also, wenn es besser wird, wieder und die Software wieder einsatzfähig ist von Seiten des Softwareanbieters, dann werde ich hier noch einiges verändern. Ja, wir schwenken hier herum die Rückseite des Gebäudes. Auch hier habe ich mich ungefähr am Original orientiert. Man kann im Internet eine Aufnahme sehen. Da ist dieses Kaufhaus auch von hinten gemacht. Was ist die Besonderheit bei diesem Spiel? Hier gibt es nur 90 Grad Winkel und so habe ich auch dieses Gebäude, was eigentlich gar nicht im 90 Grad Winkel gebaut ist, aber in diese Form gebracht bringen müssen. Ja, die Dachterrasse ist hier soweit auch dem Original nachempfunden. Also wir können hier mal rangehen und hier sehr gut sehen, dass man, ja, so ein paar Spielereien. Hier sind die Lichthöfe. Hier muss noch ein Dach drauf. Und hier ist ein Dach bereits aufgesetzt. Man kann hier auch bis hinunterschauen in den Lichthof. Und hier fehlt das Dach ebenso. Genauso muss auch hier noch auf diese Fläche Glas gebaut werden, also eine Art Glasdach. Und nun ist die große Frage eben auch an die großen Unternehmer, die dieses Warenhaus wieder erstehen lassen wollen, zumindest im Äußeren. Was hat sich befunden genau hier in diesen oberen Etagen? Was hat sich dann in der darunterliegenden befunden? Und so weiter und so fort. Und genau das ist mir natürlich wichtig. Ich benötige Bilder von der Einrichtung der einzelnen Etagen, um diese möglichst ja nicht nur nachzuempfinden, sondern vielleicht sogar, ja, von der Thematik her nachzustellen. Natürlich kann ich keine Einrichtung bauen. Einrichtungen sind eben nicht möglich. Nicht im Expressionismus, nicht in Ansätzen des Jugendstils oder Sonstiges. Hier kann ich nur Themen einbauen. Und natürlich auch die Schaufenster habe ich hier, wie man hier sehen kann, ja, so ein Stückchen weit. entwickelt, damit das Äußere dieses Warenhauses nicht an dieser Stelle völlig nackt ist. Denn es soll natürlich auch ein bisschen einladend sein. Gut, wir gehen mal ins Innere des Warenhauses. Das Innere des Warenhauses ist leer. Es ist noch leer. Und nun ist die Frage, inwieweit ich, bevor ich irgendwelche Einrichtungen hier versuche nachzubauen, ja, auch die Lage der Treppen und der Rolltreppen, des Treppenhauses und der Fahrstühle nachzubauen. Ich habe mich mal hier ein Stückchen weit eingepasst in die vielleicht vorhandene, damals vorhandene Situation mit den Möglichkeiten dieses Minecraft-Spiels. Hier kann man also bis hoch schauen, bis unters Dach. Und ich habe mich auch ein Stückchen weit natürlich anpassen müssen, was kann dieses Spiel und inwieweit ist hier auch eine Beleuchtung möglich. Ja, was heißt Beleuchtung? Also das Tageslicht, noch nicht vorhanden, kommt bestimmt auch gleich wieder, wenn die Sonne, wenn die virtuelle Sonne hier aufgeht. Ich glaube, das geht gleich los. Es wird schon heller da draußen. Ja, und wie kann man also Licht ins Innere dieses Gebäudes bringen? Denn es wird sehr, sehr schnell dunkel. Und man kann das auch nachstellen, indem man hier Blöcke hineinsetzt. Wir machen das Ganze einfach mal. Wir setzen mal einen Block. Und dann sieht man hier schon, der Block wird recht dunkel. Das heißt also, hier muss ganz viel Licht rein. Und das reicht an der Stelle vielleicht mit dem Tageslicht. Aber im Inneren des Warenhauses geht das schon nicht mehr. Und deswegen habe ich mich, was die Beleuchtung hier anbelangt, ein Stückchen weit an einer Aufnahme orientiert. Ich glaube, es muss die Essenabteilung sein, wo diese Lampen auch genau so in dieser Form angebracht sind. Unten habe ich es mal vorgezogen, eine Art Zwischendecke einzuziehen, um diese Beleuchtung, die hier sein muss. Ich muss das so sagen. Ich kann hier nicht nur einzelne Laternen einbauen, sondern hier muss wirklich auch ganz viel Licht hinein, um einfach das Innere des Gebäudes zu beleuchten. Ja, hier ist der Seiteneingang. Man kommt vom Seiteneingang aus hier auf einen der äußeren Lichthöfe. Wie gesagt, hier muss noch ein Dach hinein. Und ja, hier habe ich Treppen vorgesehen, also ein Treppenhaus. Man kann also runterschauen bis in den Keller hinein. Zwei Etagen hat der Keller, wie ich gelesen habe. Also habe ich das genau so nachgebaut. Wir gehen mal unter das Dach. Und da kommen wir dann schon in der Dachterrassenetage an. Ja, noch nicht ganz. Wir müssen noch mal hier runtergehen. Also hier kann man sich tatsächlich ein kleines Bild machen, wie das hier auch im ganzen Haus aussieht. Nun ist also die Frage, am hinteren Teil des Gebäudes, wir rutschen mal am Lichthof vorbei, hier am hinteren Teil des Gebäudes sind die Fahrstuhlschächte. Es gibt eine Aufnahme, die zeigt, wie hier die Fahrstühle angesetzt sind. Man kann anhand der Bilder der Ruine des Warenhauses sehen, dass immer drei Fahrstühle nebeneinander angesetzt sind. Und dann kommt hier irgendwo das Treppenhaus. Und dann sind wieder Dreierfahrstühle, Dreierfahrstühle, Dreierfahrstühle. Die Frage ist also, wo genau sind diese Fahrstühle? Und das andere ist, wo ist der große Aufzug, der die beladenen LKWs an die oberste Etage transportieren kann, so wie ich gelesen habe? Nun ist die Frage ja, wo kann man das bauen? Wo sind die Treppen zwischendrin? Wo sind die Rolltreppen? Alles das sind jetzt diese Fragen, wo ich gerne wissen möchte, wo muss das hingesetzt werden? Also, ja, hier kann man also sich ein Bild machen von den einzelnen Etagen und hier werde ich die Fahrstuhlschächte erst dann einsetzen, wenn es denn soweit ist, wenn ich genau weiß, wo das Ganze hin soll. Also, ja, soweit. Und hier, glaube ich, habe ich auch noch einen Fahrstuhlschacht schon mal vorgedacht, aber ob ich den da nun umbauen werde oder einbauen werde, das ist die Frage. So viel mehr gibt es zurzeit nicht zu sehen. Also, ich benötige, wenn irgend möglich, Innenaufnahmen und die Lage der Treppenhäuser, der Rolltreppen, der Fahrstühle, ja, möglichst auch Aufnahmen der einzelnen Abteilung, sodass ich dann dieses wenigstens baulich nachempfinden kann. Baulich heißt, hier in irgendeiner größeren Form Inneneinrichtungen herzurichten, ist aufgrund der geringen Artikel, die man hier hat, kaum möglich. Zumindest nicht in irgendeiner Form modellhaft möglich. Es soll ja auch der Fantasie freien Raum lassen. Insofern, man kann hier nicht vieles machen. Also, wir haben hier natürlich eine Menge Blöcke, aber mit Blöcken kann ich keine Inneneinrichtung als solche bauen, keine Waren hineinstellen, denn es gibt hier keine großartige Warensammlung. Und deswegen habe ich mich dann mit dem, was also möglich ist, mich mit den Schaufenstern beschäftigt, um hier wenigstens in irgendeiner Form, ja, so ein Stückchen weit Fantasie anzubringen und diese Färbigkeit, die Verschiedenartigkeit der Schaufenster hier ins Spiel zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier gehen wir mal so rumgehen. Also, das soll ja alles auch möglich sein, aber mehr wird im Inneren eben auch nicht gehen. Das heißt also, es ist alles sehr, sehr grob gemacht und so lasse ich einfach dem Betrachter der Gebäude die Fantasie und jeder kann sich da das Innenleben vielleicht dieses Gebäudes dann selbst hineindenken. Was ich gerne möchte, ist die Authentizität der baulichen Inneneinrichtung. Ja, nicht vom Stil hier, aber wenigstens von der Lage der wichtigsten Zugänge und der Logistik. Das, was das Gebäude einst vom Inneren her ausgemacht hat. Ja, und damit das Ganze dann eben auch, dass man sich ein bisschen eine Vorstellung machen kann, hier ein ganz kurzer Flug mit den Betrachtern hier mit mir über diesen Ort zu fliegen. Was ist also geplant hier? Hier natürlich die ganze Brachfläche wird hier bebaut und dann angepasst an das übrige von mir hier bereits erstellte, ja, in kleinen Baustellen vorhandene Stadtgebiet. Wir fliegen hier gerade jetzt über die Karl-Marx-Allee, einzige Stalin-Allee, hier über die ehemalige, leider bereits abgerissene, deutsche Sporthalle hinweg bis hin zum St. Piuswirtel. Und hier ist mal so im Groben zu sehen, was ich mir so vorstelle. Das heißt also, eine ganze Menge an Altbauten, die recht klein ausgeführt sind und auch recht eng ausgeführt sind, sodass man sich also auch vorstellen kann, so ungefähr möchte ich dann auch das Gebiet rund um das alte Karstadt-Warenhaus aufbauen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an die Siegner, die sich für dieses Projekt interessiert, was das Warenhaus am Berliner Hermannplatz angeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.